Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videobeitrag, diesmal direkt aus dem Ortszentrum von Neumarkt am Waller See. Zur Zeit, was sich ganz, ganz viele Neumarktnerinnen und Neumarktner fragen, was passiert mit der alten Feuerwehr Hauptwache, ein Gebäude mit ganz, ganz viel Potenzial. Und was ich mir für eine Frage stelle, was kann man daraus machen, damit alle Neumarktnerinnen und Neumarktner was davon haben. Deswegen, mein Vorschlag, machen wir daraus einen Musik- und Kulturszene-Treffpunkt mit Lesungen, mit Kabarets, mit Bandauftritten, mit einem kleinen Kino vielleicht sogar, für Groß und Klein, für Jung und Alt, sodass wir alle was davon haben. Lasst uns diese Chance nutzen und ich freue mich auch über eure Ideen und Anregungen. Postet die hier drunter, würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!